Die Road-Technology-Days der Wörtgengrub. Der weltweit einzigartige Branchentreff der Straßenbauindustrie fand im April 2018 wieder auf dem Werksgelände der Josef-Vögel-AG in Ludwigshafen statt. Rund 4000 Gäste aus mehr als 100 Ländern folgten der Einladung zu der zweitägigen Veranstaltung. Sie sind gekommen, um die neuesten Straßenbaumaschinen und Technologien der Weltmarktführer Wörtgen, Vögele und Hamm kennenzulernen. Erstes Programm-Highlight, der Rundgang durch das modernste Straßenfertigerwerk der Wild. Hier lernen die Besucher die Vögele-Produktionsstätte, das innovative Fabriklayout und die hohen Qualitätsstandards anhand von 18 Stationen genauer kennen. Der Weg führt durch das Rohmateriallager über die Produktion und Montage bis zum Versand. An speziellen Look-and-Feel-Stationen können die Gäste dabei Bauteile in verschiedenen Stadien begutachten und die hohe Fertigungsqualität im wahrsten Sinne des Wortes erleben. Vor allem die Fertigung und Montage der Einbaubohlen stoßen bei den Besuchern auf großes Interesse. An den Stationen erfahren die Gäste im Detail, wie die Bohlen montiert werden. Vom Aufsetzen der Glätterahmen auf das Glättblech bis hin zur Montage der Aufhängungsgruppe und dem Zusammenbau aller Teile zu einer kompletten Bohle der sogenannten Hochzeit. Qualität ist der Markenkern von Vögele. Bei der Fertigung der einzelnen Bauteile stehen deshalb Präzision, Sorgfalt und Sauberkeit im Mittelpunkt. In der Montage sichert die Software des Werkerinformationssystems sämtliche Abläufe und garantiert gleichbleibende Standards. Und am Ende warten auf jedes Bauteil zahlreiche Qualitätskontrollen. 900 Prüfpunkte muss eine Vögele-Maschine erfolgreich durchlaufen, bevor sie zum Kunden ausgeliefert wird. Qualität ist der Markenkern von Vögele. Was genau das im Unternehmensalltag bedeutet, erfahren die Besucher in der Sonderausstellung auf den Spuren der Qualität. Hier wird deutlich, um technologisch anspruchsvolle Produkte wie die Vögele-Maschinen mit gleichbleibend hoher Qualität zu fertigen, braucht es vor allem qualifizierte Mitarbeiter. Wie die Zukunft des Straßenbaus aussieht, zeigen Experten von Wirtgen, Vögele und Hamm bei den Road Technology Days in speziellen Fachvorträgen. Geballtes Wissen erwartet die Besucher auch in den Technologiezentren der drei Marken. Hier präsentieren Wirtgen, Vögele und Hamm ausgewählte technologische Highlights. Im 5900 Quadratmeter grossen Maschinen- und Themenpark besichtigen die Besucher rund 80 verschiedene Modelle von Wirtgen, Vögele und Hamm. Fräsen, Fertiger, Beschicker und Walzen, die die Road Technologies heute bestimmen. Darunter auch einige Weltpremieren. Regenzulauf hat auch die Customer Support Ausstellung. Techniker und Ingenieure stehen den Besuchern dort mit ihrem Know-how zur Seite und präsentieren die gesamte Leistungskraft des Wirtgen Group Customer Support. Nach einem informativen Nachmittag heißt es dann Showtime. Die Besucher finden sich zum großen Gala-Dinner in der Festhalle ein. Dominik Ruccolo, neuer CEO der Wirtgen Group, begrüßt die Gäste. Und eröffnet damit einen Abend voller kulinarischer Genüsse und spannender Show-Einlagen. Doch der Höhepunkt kommt erst noch. Die spektakuläre Late-Night-Show. Eröffnet durch eine Parade der Nationen, die die enge Partnerschaft mit den Kunden der Wirtgen Group demonstriert. Anschließend präsentieren Wirtgen, Vögele und Hamm ihre Maschinen und zeigen, dass Technologie nicht nur nützlich, sondern auch faszinierend und mitreißend sein kann. Der zweite Tag der Road Technology Days ist nicht weniger spektakulär. Schließlich steht er ganz im Zeichen der Live-Demonstrationen. Auf einer Fläche von rund 3000 Quadratmetern zeigen die Maschinen von Wirtgen, Vögele und Hamm die Leistungsstärke, Vielfalt und die Synergieeffekte, mit denen die Marken der Wirtgen Group Kunden in aller Welt überzeugen. Bei der ersten Live-Demonstration am Vormittag dreht sich alles um den Dünnschichteinbau, die Sanierung und den Vollausbau. Vorgeführt werden modernste Technologien für den Austausch von Dünnschichten sowie für den Bau kompakter Asphaltbefestigungen im Inline-Pave-Verfahren. Die Anwendungsvielfalt der Wirtgen-Großfräsen überzeugt dabei ebenso wie die Vögele Sprühfertiger Technik und die hohe Verdichtungsleistung der knickgelenkten Tandemwalzen von Hamm die Weltpremiere feiern. Bei der zweiten Live-Demonstration am Nachmittag demonstrieren insgesamt 17 Maschinen innovative und wirtschaftliche Lösungen für Neubauprojekte. Wie Bauunternehmen die Qualität im Straßenbau weiter steigern können, zeigen die Beschicker der Powerfeder-Generation von Vögele im Zusammenspiel mit der Hamm-Verdichtungstechnologie. Um Synergien, Qualität, Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit geht es auch bei den Technologie-Präsentationen. Dabei können die Besucher verfolgen, wie optimal die Wirtgen-Group-3D-Lösungen und Hightech-Messverfahren aufeinander abgestimmt sind. Die internationale Straßenbaubranche war zu Gast in Ludwigshafen und bekam Einblicke in neueste Innovationen und Ausblicke auf künftige Entwicklungen. Produktionsrundgänge, Maschinenausstellungen, Live-Demos, Fachvorträge und Technologie-Präsentationen – Das alles waren die Wirtgen-Group Road Technology Days 2018.